Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei Partyar. Wir sind wieder unser Psychopath, nachdem es vorher Open Air war, sind wir jetzt bei einer Poolparty eingeladen. Und die nutzen wir natürlich gnadenlos aus, wie was besorbenem Dienst. Gibt's nicht. Krieg ich den DJ hier auch vielleicht noch zu wagen ein bisschen? Ja, kann ich auch überwarten. Was kann ich hier machen? Oh, auf die Securities muss ich ein bisschen aufpassen. Also Level sieht auf den ersten Blick nicht besonders... Guten Flug. Ähm, sieht nicht besonders gefährlich aus. Na, Dreck! Die haben mich. Ja, sie haben mich. Okay, flüchten, 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 flüchten. Na, okay. Wir probieren's nochmal. Das war vielleicht gerade ein bisschen unglücklich. Was das? Okay, ähm... Töte alle. So, schauen wir mal, was wir haben. Da oben haben wir eine Bohle. Allerdings guckt der Security grad ziemlich blöd hin. Na, ne, den kriegen wir noch. Können wir gleich die Bohle hier. Du, zum Ausgang! Ja, vergiss es. Guten Flug! Da drüben sind genügend Betrunkene. Können wir auch mal rüberschicken. Genauso wie den hier über die Reling. So, den hier. Und Nummer 3. Ich will den Security. Na, Raun ist ungesund schon, West. Oh! Nein! Na, ganz klasse. Okay, wir gehen ans letzte Eck. In der Hoffnung, dass er nicht so weit rannt. Ach, Gott sei Dank. Kann ich hier jetzt endlich mal weitermachen mit meiner Arbeit? Dankeschön. Okay, da liegt doch noch einer. Den entsorgen wir auch nicht. Sonst Partie hierhersehen kommt auch gleich hinterher. Also wir merken, hier direkt kann man uns sehen, welches der Wand. So, das ist doch gefährlich, da über so eine Reling drüber zu hängen, oder? So, können wir da drüben jetzt mal die Bohle machen, vielleicht? Oh, eine Betäubungsbombe. Hier sind wir in Ruhe. So, was ist Baywatch? Okay, da unten haben sie schon einen Mörder erwischt. Sie sind verhaftet hier. So ein komischer Tatspin. Das machen wir hier wirklich nicht. Lalalala. Du gestrüber. Der Ober hat auch was getrunken. Lalalala. Da noch ein Mordopfer. So, noch jemand. 24 von 41 haben wir schon. Oh ja, Baby. Komm rüber. Mit den Turnschuhen. Na, Mensch, dich hätte ich gar nicht rumbringen müssen. Oh, das war knapp. Ich dachte, der eine erwischt mich echt auch noch. Ich gehe in den Pool, denn dort ist es schön. Dankeschön. Da guckt eh keiner rein. Ich tanze hier mit denen eh. In der Wibblanche. Zack, zack, zack. Hm. Okay, die gehen eh gerade. Ach, komm, wir machen eine Rauchbombe. Eine Betäubungsbombe ist es. Uno, dos, tres. Wir wären natürlich besser gewesen, irgendwie. So, lohnt es sich noch mal in den Pool zu gehen? Was ist hier passiert? Jemand gestorben? Nein! Ach! Der entdeckt die Leichen da oben nicht. Echt? Okay, jetzt sollten wir uns mal langsam dann wirklich um den Security ein bisschen kümmern. Beziehungsweise hier um Helene Fischer. Oh! So, die vier stehen alle recht nah beieinander. Das sind natürlich extrem steppig. Ah, ist ja schön. Na, 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 na. Ach, komm. Kein Moment. Sonnencreme-Kontrolle. So, und der letzte. So, das war's. Rooftop-Party. Die Pool-Party. Jetzt können wir endlich hier in Ruhe tanzen. Da, 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 da. Pool-Party. Und, äh, ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Jetzt gibt's wieder die Zwischensequenz. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. His craft continued onwards, for the next few weeks at Pretty Full Force. As I understand it, his newfound experience with medicinal drugs really got him fired up, correct? He just became unrelenting. And the public were completely losing confidence in the police force. Well, no, they'd already lost all confidence. Now they were forming task forces and going out onto the streets themselves looking for him. He even had followers by this point. Groups of people who saw what he was doing as some kind of means to a human utopia. We just couldn't keep up with him. Keep going out on top. Wolf- testimony. Untertitelung des ZDF, 2020